Oh, Herr Busfahrer, hier schlittert es aber ganz schön. Es ist ein bisschen rutschig da draußen, wa? Junge, 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 der geht mit der Arsch auf Grundeis gleich. Im Wahnsinn des Wortes hier bei der eisten Straße. Ja, ja, es ist ein bisschen rutschig, es ist ein bisschen anstrengend hier. Das ist echt, das ist nicht ohne. Seien Sie bloß vorsichtig, Herr Busfahrer, ganz vorsichtig. Ja, ich muss hier mich jetzt voll konzentrieren. Ich kann jetzt nicht weiter mit dir reden. Das ist hier Schlitteralarm hier. Oh, Mann, 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 meine Nerven. Ja. oh 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 stop Schlitteralarm im ÖPNV. Okay, aber es gibt ja auch Züge, ich meine auf den Schienen muss es doch genauso rutsig sein oder? Ich meine auf den Straßen schlitert man, oder? Wie is das Peter? Wie nein? Hä? Was sagt er denn da? Also, es ist ja grundsätzlich so, dass ja in einem Bus, ja, wir sind ja eine Gummieisenbahn, ich sitze gerade in einem Gelenkzug, ja, ich sage dazu immer auch gerne mal Gummieisenbahn und da ist es halt so, dass man ja gerade mit Gelenkzügen immer achten muss, ob man den auch rausschickt, wenn es zum Beispiel Glatteisgefahr ist, weil ein Gelenkzug ja auch dementsprechend einknicken kann, ja, und ein Gelenkzug ist lang und wir wissen ja, Antriebsachse hinten und dann schiebt er ja mal und dann knickt er auch gerne mal ein und dann schlittert er auch gerne, aber die Züge sind doch eigentlich auch lang und ich meine, das ist mal ohne Flachs, ich meine, Metall und Eis ist doch keine gute Wahl, oder? Gibt es da keine Probleme, Peter? Wenn du mit deinem Bus mal über den Bahnübergang rüberfährst und dann den ganzen Mist von der Straße auf die Schiene schmierst, dann ja, ansonsten. Ja, ja gut, kommen wir nochmal zum Bus zurück. Also, Peter, jetzt mal wirklich ohne Flachs. Echt jetzt nicht? Ich meine, Schienen sind auch glatt, oder nicht? Nee. Achso, okay. Ja, also, Glatteis ist immer so eine Geschichte. Meistens, wenn das so ein bisschen beständiger ist, also so, dass es nur stellenweise glatt ist, kann man dann den Wetterbericht verfolgen und das tun viele Verkehrsunternehmen und die schicken dann auch manchmal vielleicht noch ein Solo raus oder sowas, ja? Dann bleiben die Gelenkzüge einfach in der Halle und weil mit dem Gelenkzug sich einzu... Also, mit dem Gelenkzug zu schledern ist ein bisschen etwas gravierender, als wenn der Wetter in den Solo. Ich hatte das selbst mal vor ein paar Jahren gehabt, dass ich zum Beispiel, da war ich noch bei einem anderen Unternehmen in Ronnenberg, da gibt es so eine Haltestelle, die nennt sich Lange Reihe, da muss man so eine Kurve fahren und das ging ein bisschen bergauf und dann geht auch wieder bergab. Und auf der rechten Seite war so ein Haltestelle-Mast und da merkte ich schon so, oh Gott, jetzt wird das immer rutschiger, rutschiger, rutschiger und in dem Spiegel immer näher an diesen Haltestelle-Mast. Ich kam Gott sei Dank rechtzeitig zum Stehen, aber ich kam weder vor noch zurück. Dann liefen da irgendwelche Streuleute rum und die habe ich dann rangewunken. Ich so, hier, ihr müsstet mir mal alles unter meine Rädern geben, was ihr habt, damit ich hier ein Stück zurücksetzen kann, weil sonst nebele ich das Ding hier gleich um. Das haben die dann auch getan, dauerte natürlich eine gewisse Einwegzeit, ich glaube so 10, 20 Minuten hat es gedauert. Und dann konnte ich dementsprechend dann mich da langsam wieder rückwärts rausschaukeln und dann ja, kurze Zeit später hieß es sowieso, wir stellen den Betrieb ein. Ja, okay, also Glatteis, Schneeglätte ist tatsächlich im öffentlichen Nahverkehr bei dem Bus tatsächlich etwas schwierig. Ich kann mir aber immer noch nicht, ehrlich gesagt, Peter, wirklich vorstellen, dass es bei euch überhaupt kein Problem ist, oder? Unfassbar. Naja gut, aber bei uns ist es tatsächlich ein Problem. Wie gesagt, im Straßenverkehr, beziehungsweise im ÖPNV, sprich im Busverkehr, der wird bei extremer Glätte natürlich dann dementsprechend eingestellt. Und dann wird einfach abgewartet, bis die Straßen vielleicht gestreut wurden. Weil auch dann kommt so ein riesen Rattenschwanz lang. Also dann wird der Landkreis informiert, dass zumindest die Hauptstrecken, zum Beispiel für den Linienfahrweg, relativ zügig geräumt oder freigemacht werden müssen. Und dann kommen erst praktisch die Landstraßen, dann kommen irgendwann die Bundesstraßen, also anders, erst kommen die Hauptstraßen, dann kommen die, nee, erst kommen die Bundesstraßen, dann die Landstraßen, dann kommen die Hauptstraßen und dann kommen die ganzen Nebenstraßen. So ist irgendwie dieser Rhythmus. Ich glaube, wenn jemand in meinem Räumdienst arbeitet, der kann das vielleicht besser erklären unter dem Kommentar. Aber naja, so ist das. Und das dauert natürlich nur eine gewisse Zeit, bis das Ganze alles einfach wirkt. Und dementsprechend sagt dann das Verkehrsunternehmen aus Sicherheitsgründen, wir stellen den Verkehr erstmal ein bei extremer Glätte. Ja, passiert, passiert. War ein sehr kurzes, nettes Video. Vielen Dank an Peter. Und dann sage ich in diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Herr Busfahrer. Achso, wer es noch nicht getan hat, der kann das, sollte das gerne tun. Lasst mir ein Like da, diskutiert, kommentiert, argumentiert. Und in diesem Sinne, los geht's. Dann schledern wir mal hier jetzt durch die Gegend. Mit dem Gelenkzug, weil irgendwie muss ich ja trotzdem nach dem Betriebshof kommen. Wird lustig. Obwohl, vielleicht soll ich gleich schnell anfangen, dass ich stehen bleibe, weil ich fahre keinen Meter mehr so. Das ist ja hier Eisglätte ohne Hände. Malzsteller. Okay. Ja, besser ist. Besser ist, wenn sie jetzt stehen bleiben. Dann bin ich auch viel entspannter jetzt. Puh, das rutsche ich.